Hallo Leute, heute gibt es mal ein Voice-Over. Erst wollte ich mal ein bisschen Car-Porn machen, aber schlussendlich ist es dann gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Irgendwie fehlt der Platz, um weit genug vom Auto wegzukommen. Naja, aber immerhin ein bisschen was könnt ihr hier sehen. Kona neben der Sohe. Die Sohe ist ein bisschen höher. Hier sieht man es nicht so deutlich, aber ich finde die Heckklappe, die Ladekante ist beim Kona höher. Vielleicht täuscht es aber auch nur, weil der Ladeboden dann bei der Sohe abgesenkt ist. Ich müsste das mal nachmessen. Ich wurde noch plötzlich von unserem Gärtner überrascht. Der hat sich auch sehr für die Autos interessiert. Er hat mich dann auch gefragt, ob es da auch schon was für Handwerker gäbe. Hier seht ihr die Sitze. Gleich mache ich auch noch eine Sitzprobe hinten. Danach wurde hier auch gefragt. Hier seht ihr übrigens das Dock Styler Bettchen. Das passt nicht schlecht. Da die Warnwesten, da muss ich mir noch eine bessere Möglichkeit suchen. Aber eigentlich sollten die ja griffbereit sein, dass man nicht aus dem Auto aussteigen muss, um sie anzuziehen. Aber es sieht ein bisschen blöd aus. Und es dehnt mir diese Netze, die sind nicht so gross. Also hier steige ich hinter mir ein. Ich habe den Sitz so eingestellt, dass ich eigentlich bequem war. Wie ihr seht, Beinfreiheit ist okay. Ich bin 1,74 Meter. Das ist dann nicht so riesengroß. Die Füsse kriege ich auch unter den Sitz. Problemlos, wie ich ihn jetzt eingestellt habe. Ich wurde auch gefragt, ob man sich die Füsse einklemmen könnte, wenn der Fahrer den Sitz absenkt. Also habe ich das auch noch ausprobiert. Seht ihr hier. Jetzt ist der Sitz so weit unten, wie es geht. Also ich kriege die Füsse immer noch irgendwie drunter. Vielleicht nicht mehr so angenehm. Aber dass man sich jetzt die Füsse einquetschen würde, gefährlich. So ist es dann auch nicht. Da habe ich schon mal versucht, euch ein Problem zu zeigen. Aber ich mache jetzt gleich ein eigenes Video mit Problemen. Hier hat es dann lustigerweise jedes Mal geklappt, wie es soll. Also ich mache ein ganzes Video mit, was die Sohe besser macht und was am Kona nicht so ideal gelöst ist. Hier seht ihr nochmal die beiden Autos mit geöffneter Heckklappe. Mehr oder weniger nebeneinander, wobei die Perspektive scheint nicht ganz gleich zu sein. Dann hier das besonders Schöne. Die Reichweite, die mir noch angezeigt wurde, bevor ich weggefahren bin heute. Und hier jetzt bei der Rückkehr ist immer noch 51%, obwohl ich gestern nicht aufgeladen habe. Und auch da nur auf 70%. Also hier bin ich jetzt unterwegs und versuche den Abstandstempomaten. Das Head-Up Display funktioniert übrigens in echt viel besser, als es hier auf dem Handyvideo aussieht. Es ist gross und scharf zu sehen. Der Typ da, der ist wirklich seltsam gefahren, sehr langsam. Aber das Auto hat schon einen Abstand gehalten. Nur, dass man da auf der Landstrasse einen Autopilot hätte, das braucht man nicht zu glauben. Sobald die Kurve ein bisschen stärker wird, steigt er sofort aus. Ein aussergewöhnlich seltsamer Fahrer hier vor mir. Aber das Auto hält gut Abstand. Der Lenkassistent, der steigt bei solchen Kurven allerdings schon aus. Allerdings, positiverweise ohne grosses Bepiepse, das Lenkrad, das Grüne beginnt einfach zu blinken. Aber ich nutze das ja sowieso nur als Assistenzsystem. Ich nehme nicht die Hände vom Lenkrad. Mein Gott, wie fährt der? Hier ist 80 und der fährt 40. Auch gut, jetzt hier ist 60. Ich darf nicht lügen, wenn es das Auto schon selbst korrekt anzeigt. Die Schildererkennung funktioniert übrigens sehr gut. Ich wollte euch dann noch vorführen, wie das Auto selbstständig anhält. Und wenn die Autos vor einem anhalten. Hat dann leider nicht geklappt, weil eine Vespa plötzlich rübergezogen ist. Und da habe ich vor Schreck selbst gebremst. Aber es funktioniert also. Und wenn der Vordermann innerhalb von drei Sekunden weiterfährt, dann fährt das Auto auch selbst wieder an. Wenn der Vordermann länger als drei Sekunden steht, dann muss man kurz aufs Gas tippen oder beim Cruise Control plus oder minus drücken, damit er wieder losfährt. Warum ich das Bild aufgenommen habe, ist übrigens um euch die Bodenfreiheit zu zeigen. Bei der Säue muss ich da immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht an die Randsteine gerät. Beim Kona sieht das doch schon wesentlich entspannter aus. Hier noch kurz etwas, was mir halt beim Tesla nicht so gefällt. Nämlich, dass er kein CarPlay unterstützt. Hier seht ihr die Google Maps, womit ich auch gleich Tesla Feeling habe. Und zusätzlich kann ich natürlich eben auch alle oder viele andere Apps vom iPhone benutzen, wie zum Beispiel Waze. Wobei man halt sagen muss, die Integration ins Head-Up-Display und so weiter verleitet einem halt dann schon fast dazu, das eingebaute Navi zu verwenden. So, eigentlich wollte ich heute eine neue Kamera auf der Post abholen, aber die war dann schlussendlich noch gar nicht da. Vielleicht kann ich damit dann noch ein bisschen besser filmen, aber ja, ich weiss, ich habe da noch ein bisschen Defizite. Ich möchte auch keine Halterungen in das neue Auto kleben und ja, ich hoffe, es hat trotzdem einen gewissen Nutzen für euch. Jetzt hier am Ende dieses Videos gibt es nur noch ein paar Aufnahmen vom Spaziergang mit dem Hund. Weswegen ich eigentlich ja weggefahren bin. Wenn euch die Aufnahmen interessieren, schaut es euch noch an. Ansonsten mache ich gleich noch ein nächstes Video mit ein paar Kritikpunkten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Experten Anyone. Musik 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 whos Polizei Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.